Zählen wir mit Objekten. Wie viele Objekte sind hier? Sieben. Sieben Objekte. Wie viele Objekte sind hier? Neun. Neun Objekte. Wie viele Objekte sind hier? Vier. Vier Objekte. Vier Objekte. Wie viele Objekte sind hier? Zehn. Zehn Objekte. Wie viele Objekte sind hier? Eins. Ein Objekt. Wie viele Objekte sind hier? Sechs. Sechs Objekte. Wie viele Objekte sind hier? Acht. Acht Objekte. Wie viele Objekte sind hier? Zwei. Zwei Objekte. Zehn. Wie viele Objekte sind hier? Wie viele Objekte sind hier? Drei Objekte Danke fürs Zuschauen! Abonniert unseren Kanal! Drei Plus Zwei ist Fünf Zwei Plus Eins ist Drei Drei Plus Drei ist Sechs Acht Plus Eins ist Neun Eins Plus Eins ist Zwei Zwei Plus Zwei ist Neun Vier Plus Drei ist Sieben Zwei Plus Zwei ist Vier Sechs Plus Zwei ist Acht Zwei Plus Zwei ist Sieben Danke fürs Zuschauen! Abonniert unseren Kanal! Das Sonnensystem Die Sonne ist der Stern im Zentrum des Sonnensystems. Sie ist eine riesige, rotierende und glühende Kugel aus heißen Gasen. Die Sonne ist die Quelle der Sonnenenergie. Welche Planet ist das? Merkur Welcher Planet ist das? Venus Venus Welcher Planet ist das? Erde Mars Welcher Planet ist das? Mars Welcher Planet ist das? Saturn 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 Welche Planete ist das? Uranus. Welche Planete ist das? NEPTUN, SONNE, MERKUR, VENUS, ERDE, MARS, JUPITER, SATURN, URANUS, NEPTUN. Danke fürs Zuschauen. Abonniert unseren Kanal. Lass uns Formen lernen. Kais! Quadrat! Dreieck. Rechteck. Oval. Diamant. HETZ! STERN! FÜRF ECK! ZECKZECK! Danke fürs Zuschauen. Abonniert unseren Kanal. Lass uns Farben lernen. WALT. 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 RETZ! WALT. 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 Welche Farbe haben die Stifte? WALT. 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 Blau. Welche Farbe haben die Stifte? Grün. Welche Farben haben die Stifte? Gelb. Welche Farbe haben die Stifte? Weiß. 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 Welche Farbe haben die Stifte? Weiß. 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 Welche Farbe haben die Stifte? Weiß. 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 Welche Farbe haben die Stifte? Weiß. 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 Gratze. Weiß. Schildkröte Cool Kaninchen Fish Ziegel Schaf Papagai Vierd Huhn Danke fürs Zuschauen. Abonniert unseren Kanal.